Warum sind wir heute hier? Weil er hat sich nicht gekostet, die sind alle fast Transparenz, die hierhergekommen sind, weil unser Volk wird bombardiert und das wird in die Medien gebracht, dass wir, die Terroristen sind, wir sind angebliche Verbrecher. Unser Land wurde uns gut genommen. Wir haben uns geduldet, wir wollten einen Friedensprozess abschließen. Das ist genauso, wenn jemand zu mir nach Hause kommt und nimmt mein Haus ein und ich sage, okay, weißt du was, ich bin nett. Das ist auch ein Wettbewerb. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020